Mach uns nichts vor, du hast wahnsinnig Angst davor, dir ein Nein abzuholen von der Frau. Du hast Angst davor, dass sie dich ablehnt. Du hast Angst davor, dass du irgendwie dann herausfindest, Briefe und Siegel bekommst, dass du nicht gut genug bist. Und deswegen machst du nichts. Deswegen machst du nicht den ersten Schritt. Deswegen machst du es dir gerade noch bequem und schaust dir online Inhalte an, wie zum Beispiel diesen Podcast oder auch andere Videos und so weiter. Und das ist auch völlig okay. Aber in dieser Folge möchten wir darauf eingehen, wie dieses Nein für dich ab sofort kein Problem mehr ist und wie du das Nein von nun an in ein Jahr umwandelst. Und was das genau bedeutet, wie gesagt, darauf gehen wir Schritt für Schritt ein. Das mache ich nicht alleine hier im Freundinnen-Finden-Podcast, sondern mit mir dabei ist auch wie immer Andy Friday, dein Experte fürs Flirten, für tiefe Verbindung. Und das ist das erste Mal, dass ich ihn ankündige. Und ich bin darauf nicht vorbereitet gewesen. Andy, habe ich dich einigermaßen vernünftig angekündigt? Ich glaube, nach unseren mittlerweile fast, nicht nur, dass wir zehn Jahre hier im Geschäft sind, über zehn Jahre, aber wir zwei kennen uns auch schon seit ungefähr zehn Jahren, ist das eine recht dürftige Leistung gewesen, mein Lieber, als Ankündigung. Aber danke dir. Herzlich willkommen im Freundinnen-Finden-Podcast mit meinem geschätzten Kollegen, der Experte ist für Selbstbewusstsein und nachhaltige, ja irgendwas. Habe ich das richtig gesagt, Dominik? Nein, herzlich willkommen im Freundinnen-Finden-Podcast mit uns beiden. Und wir machen das schon sehr lange. Und hinter mir siehst du ganz viele glückliche Gesichter. Das sind unsere Teilnehmer, die in unserem Coaching ihre Partnerin gefunden haben. Davon gibt es noch sehr viel mehr online. Wir wollen dir hier heute natürlich, wie Dominik gesagt hat, diese Möglichkeit, ein Nein endgültig auch in ein Ja verwandeln zu können, mitgeben. Lass uns loslegen. Ein Nein in ein Ja umzuwandeln, ist die Kunst der weltbesten Verführer. Denn die weltbesten Verführer haben verstanden, dass du nicht jede Frau verführen kannst. Und wenn eine Frau dir ein klipp und klares Nein sagt, dann hast du das zu akzeptieren. Dann hast du nicht noch versuchen, sie rumzukriegen und vielleicht doch noch bei ihr das Nein in ein Ja umzuwandeln. Das funktioniert nicht. Und es funktioniert auch nicht aus gutem Grund. A, weil du dich damit irgendwann auch mal strafbar machst, ab einem gewissen Grad. Und B, weil du dir selber damit überhaupt nicht helfen würdest. Wenn du jemandes Liebe nicht bekommst und du das nicht aushalten kannst und du deswegen versuchst, sie von dir zu überzeugen, damit sie dir Liebe schickt, dann hast du A, nicht genügend Selbstliebe, weil du sie unbedingt brauchst, ihre Zuneigung, ihre Bestätigung. Und B, hast du damit einen ganz, ganz grässlichen Kreislauf in Gang gesetzt. Nämlich, dass du immer bei einer Frau abhängig bist von ihrer Reaktion. Und wenn du ein Nein bekommst, dann bricht eine Welt für dich zusammen. Viele von euch haben das Video von mir gesehen. Ja, sofort. Genau, Dominik. Viele von euch haben ja das Video von mir gesehen, wo ich 53 Frauen nach einem Date frage, auf den Straßen. Wie viele Nines habe ich mir da abgeholt? Und wie viele Nines haben bei mir zu einem kompletten Weltzusammenbruch geführt? Gar keine. Also, ich habe mir 52 Nines abgeholt, aber gar keine haben dafür gesorgt, dass meine Welt zusammengebrochen ist. Und das hat dafür gesorgt, dass dann die 53. Frau die richtige war in diesem Moment. Und das ist etwas, was die weltbesten Verführer verstehen. Dass es nicht darum geht, dass du jede Frau bekommen musst. Genau, bitte, Dominik. Genau. Also, das Ding ist ja nicht nur, dass du dir irgendwie die Bestätigung von der Frau dann suchst, sondern auch, also, was ja in den meisten Fällen passiert, ist ja, dass Männer Bestätigung von anderen Männern haben wollen. Und das ist so merkwürdig, weil dann solltest du dich mal fragen, in welcher sexuellen Orientierung du eigentlich unterwegs bist. weil die, was viele Männer machen, ist halt so, sie wollen sich halt mit den hübschesten Frauen schmücken, damit sie von anderen Männern den Status zugesprochen bekommen. So, ja, das ist ein krasser Macker, das ist ein krasser Typ. Wow, der ist einfach auf diese Frau zugegangen und sofort kleben sie an den Lippen zusammen und so weiter. Und sofort gehen die miteinander nach Hause und so weiter. Das ist ja das, was eigentlich abläuft, da im Hintergrund. Würdest du das einfach nur aus Selbstliebe machen, auf die Frau zugehen, weil sie dein Herz höher schlagen lässt, dann ist es dir halt auch egal, erst mal, wie sie reagiert, weil du deine Wahrheit aussprechen musst, weil du einfach sagen musst, wow, ich habe dich gerade gesehen, du bist einfach wahnsinnig hinreißend. Und dann kann sie mit der Information machen, was sie möchte, aber du hast es ausgesprochen, du hast deine Energie, deine Liebe verteilt und was sie halt dann mit diesem Geschenk macht, ob sie es annimmt oder nicht, ist halt dann ihre Sache. Und vor allem so, du machst es halt so, weil es halt so selbstfütternd ist, also du machst es halt aus eigenem Zweck, weil du es einfach aussprechen musst, weil du deine Wahrheit aussprechen musst. Du bist dann dadurch nicht abhängig davon, was jemand anderes denkt, also was ein anderer Mann denkt, was irgendwie die Gesellschaft darüber denkt und wir hatten auch gerade gesagt, was sie darüber denkt, weil es einfach selbsteffizient, möchte ich sagen, das Wort, was mir gerade dazu einfällt, selbsteffizient ist. Und also diese Sorge darum, also darüber haben wir auch schon ganz, ganz oft gesprochen, was andere über dich denken, das soll dir unwichtig sein, das ist halt so genau damit gemeint. Also es ist halt nicht irgendwie so, dass dir andere Menschen unwichtig sind oder egal sind vielmehr, weil, also das geht halt nicht, wir sind soziale Wesen, wir sind, wir sind, wir sind sozial, wir müssen sozial sein, um zu überleben. Nur so hat die menschliche Spezies überlebt und also dieser Gedanke halt irgendwie, dass es dir egal wäre, was jemand von dir denkt, das ist halt, das ist halt eher damit gemeint, dass du es halt tust, weil es für dich gerade das Wichtigste ist, das auszusprechen. So viele von uns sind uns das ja nicht mal bewusst, wie wir eigentlich diese Bestätigung von außen mehr wollen als die Beziehung zu dieser tollen Frau, wie wir eigentlich, wenn wir wirklich tief graben, eigentlich Status möchten. Wir möchten eigentlich, und selbst Männer mit Herz, ich zähle mich dazu, Männer wie dich, die Männer, die hier zu uns kommen, in die Flirt- und Charisma-Analyse, die Männer, die zu uns ins Coaching kommen, das sind Männer mit Herz, aber auch sie, wenn man tief genug gräbt, haben Angst vor dem Verlust ihres Status, vor ihrer Gemeinschaft. Sie haben Angst davor, ihr Gesicht zu verlieren. Das ist tief verankert. Es ist dieses Gefühl von, ich kann keinen Fehler machen. Wenn ich hier einen Fehler mache, dann sehen die anderen das und ich verliere mein Gesicht und unterbewusst steckt da halt diese Programmierung noch von Steinzeit. Dann werde ich aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Dann werde ich sterben. Dann bin ich ein Fremder alleine draußen und werde nicht überleben. Das kann ich mir nicht leisten. Ich darf da auf gar keinen Fall einen Fehler machen. Aber Zeiten haben sich geändert. Zeiten haben sich geändert. Die meisten von euch, die leben in einer Stadt mit mindestens fünfstelliger Einwohnerzahl. Manche nicht. Manche wohnen noch in Dörfern oder Gebieten, wo es halt dreistellige oder vierstellige Einwohnerzahl ist. Okay, aber die Welt hat sich geändert. Also und wenn du ausgehst, wenn du zur Stadt fährst, dann fährst du nicht ins Dorf, sondern dann fährst du eben in die Stadt. Das habe ich genauso früher gemacht. Also mein bester Kumpel, der hat super viele Schwierigkeiten gehabt, Frauen kennenzulernen, weil er in einem Caf gewohnt hat, was zwei Stunden von Frankfurt weg war. Und er hat jedes Mal zwei Stunden gebraucht, um nach Frankfurt reinzufahren. Und er hat sich das einfach vorgenommen. Einen kompletten Sommer lang ging er jeden Tag unter der Woche, am Wochenende, jeden Tag in die Stadt. Er hat gesagt, ich will Frauen kennenlernen, ich will das endlich lernen, ich will das endlich unter meine Fittiche bekommen. Ist ständig ausgegangen, ist am Main rum spaziert, hat Mädels angequatscht, hat mit denen geredet, hat geflirtet, hat gelernt, 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 hat sich tausende von Neins abgeholt. Und so hat er eben auch sehr viele Frauen kennengelernt, mit denen er dann Erfahrungen gesammelt hat. Und unter diesen Frauen war dann auch die eine Frau, die er geheiratet hat und mit der er jetzt seit über zehn Jahren auch zusammen ist. Und Fahrwort, kennst du ja, die hat er kennengelernt. Am Main. Rausgegangen, Mädels angequatscht und so hat er sie kennengelernt. Und er musste sich so viele Neins abholen. In diesem modernen Kontext von einer Großstadt gibt es diese Gefahr nicht mehr. Diese Gefahr, dass du ausgestoßen wirst, die gibt es nicht mehr. Und sobald du einmal, das ist so geil, das sehen wir ja so häufig bei Männern bei uns, sobald du einmal, ich sag mal, Blut geleckt hast, so auf den Geschmack gekommen bist, wie geil es eigentlich ist, in Freiheit zu leben und mit Frauen links und rechts mal einfach einen kleinen, flirtigen Austausch zu gestalten. Ich denke da zum Beispiel an den Gerald oder an den Kevin. diese Männer, die haben gar keinen Bock mehr darauf, online ihre Zeit mit irgendwelchen Swipereien und Chats zu verschwenden, weil sie einfach gemerkt haben, wie viel Spaß es in Person macht, eine Frau kennenzulernen. Und das Nein macht sie nicht mehr fertig. Das Nein, du hast vorhin ein sehr geiles Zitat gesagt, Dominik, ich möchte das einmal, wie Stromberg, ich zitiere jetzt dich, wie du ein Buch zitiert hast. So, das Zitat war aus dem Buch The Prosperous Coach und darin sagt er, das Ja lebt im Land des Neins. Das Ja lebt im Land des Neins. Du musst erst mal durch ganz viele Neins dich durchwarten und ein Gefühl dafür bekommen, wie normal Neins eigentlich sind. Dass ein Nein nicht das Ende deines Tages ist oder deiner Hoffnungen und deiner Träume. Nö, nö, nö. Neins gehören dazu. Du befindest dich in einem Land der Neins und in diesem Land der Neins findest du die Ja's. Und diese Erkenntnis, dass du schon längst in einem Land der Neins bist und dass du dich da auch wohlfühlen darfst, die hilft dir dann, wenn du ein Nein bekommst, das einfach als totale Normalität auch anzusehen. Du kannst es dir antrainieren, dass ein Nein dich tatsächlich nicht mehr fertig macht. Ich weiß, das ist eine unsexy Botschaft. Ich weiß, es wäre viel geiler, wenn wir die hier deliveren könnten, was du dir vorgestellt hast, als du das Thumbnail und den Titel gesehen hast. Verwandle das Ja in ein Nein. In diesem einen Satz. Genau, du denkst dir dann auch vielleicht, okay, diese eine Frau, wie kann ich bei ihr das Nein in ein Ja verwandeln? Aber genau da liegt das Problem. Das ist das Problem. Deswegen, wir müssen nicht darauf hinweisen. Es ist unsere Pflicht hier, dir die Wahrheit zu sagen und dir nichts irgendwie vorzugaukeln. Ja, du kannst diese Frau trotzdem nachobern, indem du sie manipulierst, indem du das machst und gaslightest und was weiß ich noch alles machen kannst. Nee, damit wirst du keine glückliche Beziehung anziehen. Es ist unsere Pflicht, dir zu sagen, 100 Prozent, das kriegen wir ja immer wieder mit, wenn sich jemand bei uns bewirbt und er sagt, ja, meine letzten Beziehungen waren nichts und dann trifft er immer nur Golddigger-Mädels. Erkennen wir ja den einen oder anderen Pappenheimer. Kein Wunder, kein Wunder, mein Freund, weil du halt wirklich davon abhängig bist, von diesem hohen, hohen, hohen Status, den du unbedingt haben brauchst, dass du so toll aussiehst vor all deinen Kollegen, wenn du da mit irgendwelchen Stars in L.A. abhängst. Das ist nicht, wie du die tollsten Frauen findest, indem du davon abhängig bist, dass sie dich als extrem mit hohem Status wahrnehmen, damit du sie dann bekommen kannst, um ihr Nein, was sie für dich hat, als du noch ein kleiner Wicht warst, mit wenig Status, auf einmal in ein Ja verwandelt hast, weil du jetzt mehr Wert bist für sie. Wenn du das versuchst, dann bekommst du auch die ein oder andere Frau, die halt extrem oberflächlich ist und wirklich nur hinter deinem Geld her ist oder halt deinen Connections, dem Status, den sie sich mit dir verspricht. Ey, wenn dich das glücklich macht, ich weiß, es macht dich nicht glücklich, weil ich habe mit dir, den Männern, die so ticken, schon oft genug geredet und sie sind nicht glücklich. Deswegen kommen sie zu uns. So. Das macht dich nicht glücklich. Such dir lieber die Frauen, die Lust auf dich haben. Auf dich. Auf deine Persönlichkeit. Und die findest du nicht beim Swipen und Online-Dating. Findest du nicht. Der Algorithmus ist einfach nicht so ausgelegt. So. Haben wir auch schon einige Folgen drüber gemacht. Kannst du dir sehr gerne hier im Podcast-Archiv anschauen. Wichtig für uns in dieser Folge ist, wie wir dir die Geilheit auf ein Nein näher bringen können. Denn es ist geil. Es kann dich beflügeln. Es kann extrem ermutigend, motivierend und lustig sein, wenn du ein Nein für dich als etwas Positives anerkennst. Ja. Denk dir zum Beispiel einmal, wie krass, du kannst sofort losdenken, ich will nur einen Satz dazu sagen, denk dir einmal, wie krass der Mann ist, der jedes Mal, wenn er ein Nein hört, mehr Energie bekommt, noch mehr sein Blut in Wallung bringt, ob zu haben, weiterzumachen und eine andere Frau kennenzulernen, die vielleicht noch besser auf ihn passt, die vielleicht noch witziger, noch intelligenter, noch charmanter, noch intellektuell befriedigender ist. Und dann holt er sich dort ein Nein ab und denkt sich so, oh ja, das gibt mir Kraft. Und er flirtet in Leichtigkeit und lacht und ihn freut es, dass er den Mut hat, überhaupt eine Frau anzusprechen. Dass er den Mut hat, überhaupt mit Frauen zu reden, so wie das kaum jemand macht. Und er sieht die anderen Kerle und er zieht Kraft daraus, dass ihn andere beobachten. Nicht, weil er denkt, oh nein, die anderen denken jetzt, was für ein Verrückter und mein Status sinkt. Nein, sondern er denkt sich, jeder hier sieht gerade, dass ich etwas gerade gerockt habe, was sich hier keiner traut. Die stehen alle nur dumm rum. Und wenn du die fragen würdest, würden die wahrscheinlich denken, dass ich sie schon kenne oder sowas. Das ist die Wahrheit. Also das ist das Feedback, das wir oft reinholen, wenn wir selber dann vor unseren Kunden einfach mit einer neuen Frau reden, die wir noch nicht kannten, dann denken die häufig so, kanntet ihr euch schon vorher? Nee, mein Lieber, wir kannten uns nicht. Aber die denken einfach, das ist doch so eine krasse Familiarität direkt von Anfang an. Ihr wart so, als ob ihr euch kennt. Ja, mein Lieber, das ist, weil wir ein Nein nicht mehr als energieraubend interpretieren, sondern als energiespendend. Bitte. Ja, ganz genau. Absolut. Das ist so verrückt, also gerade noch dazu irgendwie zu diesem kanntet ihr euch. Das ist so verrückt, weil es ist ab einem bestimmten Zeitpunkt, je mehr Neins du dir eingeholt hast und dann auch eine Menge Ja's bekommen hast, es ist für dich vollkommen normal, einfach mit einer Fünfergruppe von Frauen, die gerade da irgendwo stehen und einfach in einem Gespräch versunken sind und lachen und so weiter, da kurz reinzugehen und was zu sagen und so und mit denen zu quatschen für ein paar Minuten. Das ist so eine Normalität für dich dann, weil einfach jeder dein Freund ist. Das ist so ein Mindset für dich. So alle Menschen sind meine Freunde. Warum sollte ich jetzt nicht gerade hier meine Freunde ansprechen? Warum sollte ich nicht gerade mit denen lachen? Und das ist so, also tatsächlich so, dass wenn wir das halt mit unseren Teilnehmern zusammen machen, ist so in 90 Prozent der Fälle, ach okay, du kanntest die gerade, oder? Nee, absolut nicht. Aber es kann so einfach sein und das ist immer so geil, weil dann siehst du, oder sehe ich, ich weiß nicht, ob du genau das Gleiche siehst, Andi, aber ich sehe in unseren Teilnehmern dann so diese Erleuchtung, diese Erkenntnis von, wow, es kann wirklich so einfach sein. Es ist möglich, es kann so einfach sein. Ich muss gar nicht so eine Hürde da drin haben. Und genau, jetzt gerade nochmal zu dem Nein selber, also ein, wir haben ja auch jetzt gerade im Vorfeld über, darüber gesprochen, so worüber möchten wir gerade sprechen, haben wir im Vorfeld so gerade auch gesprochen, ich komme gerade vom Thai-Boxen, vom Training, und die, was, dann haben wir uns darüber unterhalten, du und ich, Andi, über Kampfsport und was da einfach für Vergleiche sind, für, zum Leben generell. Also im Kampfsport lernst du halt über das Leben und damit halt auch über deinen Frauenerfolg, weil das Ding ist, wenn du halt irgendwie Angst davor hast, den Schlag ins Gesicht zu bekommen, dann wirst du halt die ganze Zeit den Schlag ins Gesicht bekommen oder gar nicht erst zum Kampfsport gehen. Wenn du aber das Ganze ernst nimmst und sagst so, boah, ich will hier besser werden, mir macht das Spaß, mir macht die Bewegung Spaß, ich liebe das hier gerade, dann gehört halt der Schlag ins Gesicht, sprich das Nein, gehört dazu. Und dann, dann tut das zwar in dem Moment vielleicht weh, so wenn du die, die ersten Schläge bekommst, aber ab einem bestimmten Punkt ist dann so, okay, wie, ich will besser werden, damit ich den Schlag nicht mehr bekomme. Ich will besser werden, damit ich, damit ich das besser, dem besser ausweichen kann, damit ich meinen Zug machen kann, weil im Prinzip ist alles ein Spiel, so alles ist ein Tanz, alles ist in Bewegung und fließt. Und es ist halt nicht so irgendwie, dass du halt kämpfst gegen deine Gegner, sondern ihr beide tanzt, ihr beide spielt. Und so ist es halt dann auch mit der Frau, die du gerade kennenlernst. Das ist das Kennenlernen, die Verführung, das Flirten, das ist ein Spiel, das ist ein Tanz. Du übernimmst deine Rolle, indem du sie ansprichst und da viel Energie reingibst, mehr Energie als sie gerade reingibt, weil das ist normal. Und das ist halt dein Move im Tanz und sie hat halt dann ihren Move im Tanz oder im Spiel und so weiter. Und dann gibt sie wiederum mehr Energie rein als du. Genau. Wenn du einen Twist machst, du drehst die Frau, dass sie sich dreht, dann musst du nur den Arm heben. Sie macht die ganze Arbeit. Sie sieht schön aus, während sie sich dreht. Sie macht noch irgendeinen Move dazu. Also den ersten Schritt, ja, den musstest du machen. Aber wenn ihr einmal im Tanz seid, dann geht das hin und her. Dann geben wir beide jeweils immer Energie rein. Also nicht den falschen Eindruck bekommen, von wegen, oh mein Gott, der Mann muss alles machen. Nein, mein Lieber, sie macht sauviel. Sie macht sauviel dafür, dass es zwischen euch beiden funktioniert. Halt nicht die Sachen, die du machst. Ja, das ist halt anders. Weil du willst ja kein anderes Du kennenlernen. Ja. Und diese Schläge sind halt das Nein. Also diese Schläge ins Gesicht im Kampfsport. Das ist halt das Nein. Und wenn du dann sagst, boah, das tut mir zu sehr weh, ich bleib lieber zu Hause, dann wirst du halt nie diesen Tanz lernen, diesen Sport lernen. Dann wirst du halt auch nie den Tanz der Verführung lernen. Weil wenn du halt zu viel Angst davor hast, weil du halt nicht siehst, dass das Ja im Land des Neins wohnt. Und das ist halt in so vielen Bereichen. Ich habe vor einigen Jahren habe ich auch habe ich Door-to-Door gemacht. Also Door-to-Door so Verträge verkauft. Bin in Orte gefahren und habe an Haustüren geklingelt, um dann die Leute davon zu überzeugen, Gas, Strom, was auch immer, Mobilfunk, Telefon, was auch immer, zu wechseln und so weiter. Und das ist brutal. Du kriegst, du kriegst, du kriegst, keine Ahnung, von 100 Türen sind dann 20 nicht da und von diesen restlichen 80 kriegst du 90 Neins im Prinzip. Also halt so eine extrem große Zahl. Aber was dich halt bei der Stange hält, ist halt so, also du kannst es halt nicht ernst nehmen. Und was ich halt dann immer wieder gesagt habe, ist zum Beispiel, guten Tag, ich komme von den Stadtwerken und muss euch den Strom abdrehen. Und einfach so um Schockmoment zu haben und dann habe ich gelacht und dann war es leicht und auf Mal, also wenn ich das halt so das Ganze als Kampf gesehen habe, war es super schwer für mich. Ich bin mit null Euro im Monat nach Hause gegangen. Aber als ich angefangen habe, so das Ganze halt mit Spaß zu sehen und dann halt auch so einfach diesen Tanz, dieses Spiel zu haben, zack, war ich der Beste in meinem Bereich, also in der Region. Auf Mal habe ich die Verträge geschrieben wie nichts Zweites. Waren auch gute Verträge. Ich habe keinen Müll gemacht, keine Panik. Und was ich dadurch gelernt habe, ist halt so einerseits, also zwei Dinge. Einerseits, es ist alles ein Tanz, es ist alles Spaß, es muss mir Spaß machen. Wenn mir das nicht Spaß macht, dann ist es ein Kampf für mich und dann zieht es mir Energie und dann höre ich nach drei Türen auf, nach drei Neins höre ich auf. So, weil dann kann ich nicht mehr. Wenn ich aber selber Spaß habe, bleibe ich am Ball und nehme das Ganze nicht persönlich. Und es gab halt auch Situationen, wo einfach dann natürlich dann Menschen dann an der Tür aggressiv wurden. So, das passiert. Aber das ist halt eine ganz, ganz kleine, eine ganz, ganz kleine Menge. Und das wird dir halt auf der Straße, wenn du Frauen ansprichst, das ist das Äquivalent dazu, dass wenn eine Frau plötzlich irgendwie sagt so, boah, hau ab, du Idiot, oder sowas. Oder wirft dir halt irgendwas an den Kopf. Aber das ist halt auch Teil der Reise. Das ist halt ein stärkeres Nein, das du halt auch lernen darfst, auszuhalten. Und durch diese Neins, wenn du das halt lernst, nicht zu ernst zu nehmen, wirst du auch zu den Ja's kommen. Du wirst plötzlich dann einfach mehr Verbindungen erschaffen, mehr Frauen kennenlernen, mehr Telefonnummern in deinem Handy haben, die du zu einem Date einladen kannst, die Frauen hinter den Telefonnummern. Du wirst mehr sofortige Dates haben mit den Frauen, die so dann direkt mit dir in die Eisdiele gehen, ins Café gehen. Ja, das ist eine Aufwärtsspirale. Du wirst natürlich auch besser. Ist ja klar. Du lernst dazu, du hast viel mehr Referenzerfahrung, weißt dann, nein, genau diese Situation war ich schon mal abgespeichert, diesmal werde ich mich anders verhalten. Und du hast da einfach mehr Souveränität aufgrund deiner Erfahrungen. So wie du auch mehr Souveränität auf deinem Job hast, weil du einfach sehr viel Erfahrung hast. So bauen wir einfach aufgrund von ganz, ganz, ganz vielen Einzelsituationen irgendwann, und dafür müssen wir uns sehr viele Nights abholen, bauen wir irgendwann einen Erfahrungsschatz auf, der so immens ist, dass du da einfach durchgleitest. Klar passiert, es gibt immer wieder neue Situationen, wo irgendwas nicht klappt. Aber wie gesagt, wenn du das dann eben als beflügelnd annimmst, so geil, das habe ich ja noch nie gehabt, lustig, dann kann dich keiner aufhalten. Wortwörtlich, wer soll ich denn aufhalten? Diejenigen, die versuchen dich aufzuhalten, die beflügeln dich ja. Niemand kann dich aufhalten. Das ist halt der Gegenwind, den das Flugzeug braucht, um überhaupt abzuheben. Das Flugzeug hebt ja gegen den Wind ab. Und die zweite Sache, die ich gelernt habe, es ist halt immer, also was ich beim Door-to-Door gelernt habe, es ist halt immer die nächste Tür. Das heißt, es ist auch immer die nächste Frau, die du ansprichst, die dir ein Ja gibt. Die hat dir jetzt gerade ein Nein gegeben. Die hat dich jetzt gerade vielleicht ignoriert, aber die nächste nicht. Okay, jetzt diese hat dich halt vielleicht wieder ignoriert oder hat dir ein Nein gegeben, aber die nächste nicht. Es ist immer die nächste Frau, die du ansprichst. Warum jetzt aufhören? Warum jetzt bei dieser Frau aufhören? Warum nicht die nächste noch ansprechen? Diese eine noch. Komm. Weißt du, es ist total verständlich, dass ein Nein dir jetzt gerade noch Angst macht und dass du sagst, warum soll ich mir das antun? Das will ich nicht. Die Blamage und das wird peinlich und so weiter. Wozu? Wenn ich da tausende von Neins holen muss, Andi, nee, vergiss es, dann ist es mir das nicht wert. Ist verständlich, aber du musst verstehen, dass du, wenn du diese Haltung hast, dass du einfach noch nicht genügend die echte Welt gesehen hast, dann bist du sehr behütet aufgewachsen. Tut mir leid, das so zu sagen. Und wenn du jetzt getriggert bist und reagierst und denkst, was, nein, wenn du wüsstest, was ich alles erlebt habe. Ja, mein Lieber, aber wenn ein Nein dich so aus der Fassung bringt, dann hast du nicht viele Dinge erlebt, die dich aus der Fassung bringen. Aus der Fassung gebracht zu werden, ist ein Skill, ist eine Fertigkeit, die man verbessern kann, indem man ganz, 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 ganz oft aus der Fassung gebracht wird. Man tangiert es dich einfach nicht mehr so sehr. Wie Dominik gesagt hat, also wir sind ja nicht, wir sind ja keine, wir sind nicht auf die Welt gekommen und gesagt, okay, ich habe Bock auf Neins, lass mich jetzt ganz viele Körbe holen von Frauen. Nö, Es gibt ja auch andere Bereiche, in denen du diese Fertigkeit lernen kannst. Dominik hat gerade gesagt, zum Beispiel im Tür-zu-Tür-Vertrieb, Direktvertrieb. Ich habe meine Neins abgeholt, zum Beispiel, als ich im Einzelhandel Klamottenmännern angeboten habe. So, und? Haben sie hier schon was gefunden? Nein? Nee, ich suche gerade nur, ich schaue mich nur um. Gar kein Problem, gar kein Problem. Sind sie heute auf irgendeiner speziellen Suche? Irgendwas, was irgendwie ins Auge gestochen ist von draußen? Dieses Spiel aus Gespräch suchen, obwohl jemand gerade gesagt hat, nö, nö, ich brauche dich nicht und dann auch irgendwann wieder locker zu lassen, alles klar, schauen Sie sich um und dann eben aber manchmal doch die Person zu haben, die sagt, ja, können Sie mir helfen? Ich suche nämlich ein Hemd in Größe 58 und dann, okay, 58 wäre ziemlich crazy, aber ich suche ein Hemd in einer bestimmten Größe und dann gibst du ihm dieses Hemd und wenn du das Hemd hast, dann ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Wir lernen da so viel dazu, das war eine so geile Ausbildung, dann zu sagen so, dieses Hemd sieht übrigens richtig geil aus in dem Sakko, warten Sie ganz kurz, ziehen Sie das mal an und dann gebe ich ihm direkt das Sakko und das sieht halt wirklich geil aus, Hemd plus Sakko, perfekt und dann so, oh, das sieht ja hammer aus. Wenn Sie richtig mutig sind, ich zeige Ihnen was und dann bringst du noch eine Hose zur Kombination. So verkauft man dann auch im Einzelhandel, natürlich willst du dem da keinen Ramsch andrehen, das ist dann auch wirklich das, wo du denkst so, das sieht geil aus zusammen, eben da kommt dann die intrinsische Motivation, weil du wirklich willst, dass Leute schick aussehen, dann kannst du ihnen dabei helfen, aber du kannst Leuten nicht helfen, wenn du nicht okay damit bist, dass Leute manchmal nicht geholfen werden wollen. Man sieht es ja hier in den Kommentaren, wie viele Leute keinen Bock haben auf unseren Content. Wenn ich da jedes Mal sagen würde, und wenn ich da jedes Mal sagen würde, oh nein, nein, ich sollte aufhören, die Leute wollen es nicht sehen, dann wären wir schon längst nicht mehr am Markt. Nines gehören dazu. Nines helfen dir dahin zu kommen, dass du dann an die Jaws rankommst, an die geilen Jaws, an die Jaws, für die es sich auch lohnt, diese Nines zu sammeln. Es gibt noch mehr Wege, wie du gesagt hast, Kampfsport ist eine super Sache. Wenn du kein Coaching machen möchtest, du sagst, ich will es noch auf meine eigene Art probieren, gar kein Problem. Kampfsport. Kampfsport ist eine super Art, um den Schlag ins Gesicht zu bekommen und dann zu realisieren, irgendwie lebe ich noch. War ja doch nicht so schlimm. Das ist der Grund, warum ich jahrelang Kampfsport gemacht habe. Und ich habe mich da mit Typen geprügelt, also nicht geprügelt, weil ich mich mit denen geprügelt habe, sondern aufgrund von Sparring. Also ich habe mich da mit Typen geprügelt. Wir haben uns verabredet, um uns halt, ja, um halt zu üben. Boxernschuhe angemacht. Ich weiß noch, als ich studiert habe, da habe ich mich in der Tiefgarage, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, Dominik, aber wir haben in der Tiefgarage von unserem Gebäude, wo ich studiert habe, wo ich gewohnt habe, haben wir uns immer getroffen und hatten einen kleinen Fight Club. Und der Typ, der da kam, der war in mehreren Kampfsporten war der richtig, richtig gut. Und im Nachhinein war das schon ein Assi, der Typ, weil ich hatte halt gar keine Ahnung. Ich habe damals Ninjutsu probiert, hatte davor Karate gemacht. Alles nur sehr theoretische Cutter. Sachen. Der hat aber auch nicht existiert am Ende, ne? Am Ende war ich das selber. Am Ende war ich das selber. Nein, der Typ hat, naja, genau, war komplett wie bei Fight Club und dann haben wir Project Mayhem gegründet. Dieser Typ hat mir richtig die Fresse vermöbelt. Also jedes Mal hat er mir die Fresse, der hat mich als Punching Bag benutzt, missbraucht als Punching Bag. Und ich wollte es halt immer wieder machen, immer wieder, ich muss das lernen, ich muss das lernen. Und ich habe bei ihm wirklich einfach nur gelernt, vielleicht ein bisschen auf Deckung zu halten, aber wirklich, das Einzige, was ich da wirklich gelernt habe, ist, okay, Schläge ins Gesicht sind nicht so schlimm, wie ich denke, wie ich Angst davor habe. Und das ist eine super wertvolle Erkenntnis gewesen. Weil danach habe ich dann mit Boxen und Kickboxen angefangen und ich hatte einen großen Vorsprung. Das hat dann extrem geholfen. Da hatte ich einfach weniger Angst beim Sparring. Ich kann mich auch noch erinnern, als du eines der ersten Male mit mir Sparring gemacht hast am Strand, Dominik. Das war ja auch, ich habe damals gar nicht so viel Training gehabt, aber im direkten Sparring mit dir habe ich halt gemerkt, okay, du hast noch diese, oh, ich muss mich decken vor den Schlägen und dann kommen halt diese Anfängerfehler, wo man sich so umdreht und dann kriegt man halt noch mehr Schläge ab. Und da war ich halt da an dem Punkt so, ach krass, jetzt merke ich ja richtig, dass ich richtig was gelernt habe, weil ich habe keine Angst, geradeaus zu gehen, einfach nur auf Abstand zu halten, jab, 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 jab. Das war eine coole Erkenntnis, da wirklich mit dir Sparring zu machen, Dominik, jetzt bist du mit Sicherheit viel besser. Aber damals, da habe ich echt erkannt, so krass, das hat alles was gebracht, dass ich da immer wieder auf die Fresse bekommen habe, hat was gebracht. Cool. Und das hat Jahre gedauert. Aber währenddessen war ich halt fit und ich habe tolle Leute kennengelernt und es hat sich richtig gelohnt. War auch eine geile Reise. So. Es gibt noch mehr Sportarten, die geil sind. Also eines meiner Lieblings-Sportarten, wo ich immer wieder merke, wie inspirierend die Leute sind, die das richtig gut können, ist Skaten. Oh, das ist so cool, die Skater-Gemeinschaft. Ich feiere das total. Vor allem die jungen Leute. Heutzutage sind ja so viele Kids, die das schon machen und viel krasser sind als die Erwachsenen. Das ist echt unglaublich. Und diese Leute, die sind sehr an das Nein gewöhnt, weil das Nein ist bei denen eine geteerte Straße ins Gesicht. Ohne Helm oft. Und dieses Nein sind sie sehr gewohnt. Kreuzbandriss. Ja. Gebrochene Arme. Wie von meiner Freundin letztes Jahr. Ja, Mann. Das ist nicht ohne. Und einfach wieder aufs Bord steigen und weitermachen. Das Geile an dieser Skater-Kultur ist, ich schwere mal ganz kurz, ist, dass jeder hinfällt. Und um gut zu werden, musst du hinfallen. Und dadurch, dass wirklich jeder hinfällt und wenn du jemanden siehst, der gut ist, dann weißt du, der ist tausendmal hingefallen und der wird dir auch immer weiter neue Tricks versuchen, wird also wieder hinfallen. Deswegen ist die Unterstützung, wenn du zum Skatepark gehst und du willst Skaten lernen, die Leute, die sind einfach, die sind einfach gute Kameraden. So, die unterstützen einen einfach. Die helfen dir, bringen dir gerne einen Trick bei und haben einfach nicht dieses Ego, wo du nach links und rechts guckst und Angst hast, überhaupt einen Finger zu rühren, weil du denkst, die anderen Leute werden dich verurteilen. Da hat das keiner, weil jeder fällt auf die Schnauze. Und das ist einfach eine sehr geile Gemeinschaft. Das ist dieselbe Gemeinschaft, die wir hier versuchen, bei uns, bei den Flirt-Spezialisten, in der Flirt-Masterclass zu kultivieren. Jeder fällt auf die Schnauze. Deswegen war es mir so wichtig, dass ich auch dieses Video gemacht habe, als ich 53 Frauen nach einem Date gefragt habe. Es ist normal. Es ist auch vollkommen okay. Es ist ein Teil davon. Und ich möchte noch einen Begriff einmal dir näher bringen, der im Englischen in der Psychologie sehr oft verwendet wird. Und das ist Framing. Framing bedeutet, wie man eine Situation sieht. Frame heißt der Rahmen. So, wie du eine Situation wahrnimmst, das definiert den Rahmen. Das heißt, du fällst hin und du sagst, Scheiße, das hat so wehgetan. Boah, ich mache das nicht nochmal. Das ist der Rahmen, den du jetzt eingenommen hast. Der Rahmen ist, es tut weh, ich sollte das nicht machen. Du kannst aber auch einen komplett neuen Rahmen selber entscheiden, den du über die Situation stülpst. Wir nennen das dann Reframing. Neubrahmen. Und dieses Reframing ist dann zum Beispiel, dass du nach jedem Nein, nach jedem Schmerz sagst, was war denn an dieser Situation gerade lustig? Oder was war an dieser Situation gerade lehrreich? Und du direkt, das ist eine Gewohnheit, direkt dann das Positive oder das Lustige daran findest. Und das ist eine saugeile Eigenschaft, die du dir kultivieren kannst. Das ist wie Galgenhumor. Dinge gehen schief und du lachst. Du lachst einfach. Und diese Leichtigkeit hilft dir dann, dass es dann eben trotzdem klappt. Nicht vielleicht jetzt bei diesem einen Mal, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, aber du brauchst ja auch nicht dieses eine Mal, dass es geklappt hat. Denn du bist emotional unabhängig. Und das beweist du dir damit. Damit beweist du, dass du emotional unabhängig bist, indem du es reframe und sagst, das ist okay, nächste Chance, neues Glück. Damit bist du unschlagbar, mein Lieber. Es ist verrückt. Die Männer, die sich mit ihrem Schmerz anfreunden können, die sind unaufhaltbar. Und im Übrigen, wenn du unsere Hilfe dafür in Anspruch nehmen musst, weil ich gerade gesagt habe, du kannst auch alle möglichen Sportarten machen, du kannst auch bei uns mit extrem wenig Geldeinsatz diese Erfahrungen üben. Die Flirtspezialisten, die gehen bei 47 Euro im Monat los. Das ist unschlagbar, der Preis. Also es gibt wirklich keine Ausrede. Und wenn du es dir wirklich nicht leisten kannst, weil du gerade irgendwie Student bist und du lebst unter deinen Mitteln, gar kein Problem. Dann schreibst du uns eine E-Mail und dann bekommst du das sogar kostenlos. Also es gibt wirklich gar keine Ausrede mehr. Wir können jedem hier helfen, wortwörtlich jedem. Aber es liegt halt auch an dir, dann den Einsatz an den Tag zu legen, zu sagen so, ey, ich habe Bock. Das ist die Truppe, bei der ich was lernen will. Und wenn du es richtig angehen möchtest, wenn du dann den nächsten Schritt gehen willst und du sagst, ich möchte jetzt endlich die richtige finden, ich möchte Erfahrungen mit Frauen sammeln und entlang des Weges die Frau finden, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will. Andi, hilf mir dabei. Dann gibt es unser Drei-Monats-Programm. Dann gibt es das 13-Wochen-Programm, die Flirt-Masterclass. Auf das musst du dich bewerben. Und das machen wir, indem wir dich erstmal kennenlernen und genau herausfinden, passt du denn in die Gruppe? Können wir dir denn dabei helfen? Welche Schwierigkeiten hast du? Wo liegt dein Charisma-Potenzial? Welcher Flirt-Typ bist du eigentlich? Und wir dir da eine sehr akkurate Einschätzung geben können über dein Charisma-Potenzial und die Stärken und Schwächen, die du jetzt schon hast und vor allem auch dann dadurch einfach einen Leitfaden hast, wie du effektiv und erfolgreich mit Frauen flirten kannst, die du jetzt schon kennst. Du musst ja nicht mal so krass werden, dass du tausend Neins abholen kannst. So viele unserer Teilnehmer haben in der ersten Woche schon ihre Freundin kennengelernt. Das ist crazy. Und hatten davor jahrelang überhaupt keine Dates, keinen Frauenkontakt, waren einfach einsam, total in ihre Arbeit verkopft und haben dann in der ersten Woche schon eine Freundin bekommen. So viele Männer haben bewiesen, dass es nicht darauf ankommt, krass zu sein, groß zu sein, viel Geld zu haben oder sonst was, sondern dass das alles schon in dir steckt und mit dem ein oder anderen Impuls auch aus dir wieder herauskommt. Also, wenn du darauf Bock hast, du sagst, ich will nicht ein bisschen üben und ich will das nicht langsam kultivieren, sondern Andi, ich habe Bock auf die Abkürzung und bring mich sofort ans Ziel, dann bewirb dich zur kostenlosen Flirt-Tipp und Charisma-Analyse und den Link findest du, wenn du hier in die Beschreibung gehst, auf www.flirtanalyse.de Einfach draufklicken, dann findest du noch mehr Informationen, siehst du ein kleines Video, was dir genau beschreibt, wie dieser Prozess aussieht, was dich da erwartet und bitteschön, das ist unser Geschenk an dich, an euch, weil wir daran glauben, weil wir daran glauben, dass du, mein Lieber, gut genug bist und weil es so viele Frauen gibt, die dich jetzt schon liebhaben könnten und mit denen du jetzt schon glücklich sein könntest, mit denen du jetzt schon eine Beziehung führen könntest, aber sie wissen nicht, dass es dich gibt. Woody Allen hat gesagt, 60% des Erfolges ist es einfach nur im richtigen Raum zu sein. Du musst erscheinen, du musst aufkreuzen, wenn du zu Hause bist oder hinter Tinder hockst oder Bumble, dann sieht dich keiner. Du bist versteckt hinter dem Algorithmus, versteckt hinter dem Bildschirm, versteckt hinter deinen vier Wänden. Gesehen zu werden, das dürfen wir aber lernen, Step by Step und das darf Spaß machen. Das darf endlich wieder Spaß machen. Das muss nicht so ein Krampf sein. Die Nines dürfen Spaß machen. Alles darf mehr Spaß machen und das zeigt mir dir bei uns im Coaching. Ja, ganz genau. Und da bist du halt auch in guter Gesellschaft, weil es ist ja nicht nur so, dass wir dann gemeinsam dich wieder aufbauen, wenn du das Nein gehört hast, sondern diese Männer, die genauso ticken wie du, die die gleichen Ziele haben wie du und die gleichen Ängste, Sorgen, Blockaden und so weiter, die feiern mit dir auch, wenn du eine dieser Blockaden überwindest, wenn du eins deiner Zwischenziele erreichst, wenn du dein großes Ziel von mir aus erreichst. Das sind Männer, die sich mit dir gemeinsam freuen, als ob es ihre eigene Errungenschaft war, weil sie wissen, weil sie auch gelernt haben, dass dein Erfolg auch ihr Erfolg ist. Wenn du die Liebe findest, dann finden sie das auch. Wenn du deine Freundin findest, dann ist es möglich, dass auch sie das finden. Wenn jemand anders das findet, dann ist es auch für dich möglich. Nicht, weil irgendwie das irgendwie Gott gegeben ist oder was auch immer, dass manche Männer erfolgreich sind oder nicht, sondern weil wir plötzlich in einer Gesellschaft sind, umgeben von Menschen, die erstmal an dich glauben und weil die sich die ganze Zeit auch mit Fülle, mit emotionaler Unabhängigkeit beschäftigen. Und dann siehst du das halt auch mehr in deinem Leben. Statt den Mangel, statt die Angst, die Angst vor dem Nein, weil im Prinzip, du hast ja nicht Angst vor dem Schlag ins Gesicht oder vor dem Hinfallen vom Skateboard oder auch irgendwie vor der Ablehnung von der Frau, davor hast du nicht wirklich Angst. Du hast Angst davor, dass es wehtun könnte. Und dadurch hast du Angst vor der Angst. Und im Prinzip, wenn du das halt mal gelernt hast, das ist halt auch Teil bei uns im Coaching, in Woche 4, da haben, wenn die Männer gerade ins Coaching kommen und dann hören, okay, was in Woche 4 sie erwartet, okay, fuck, davor habe ich Angst, das wird ganz krass für mich, Woche 4, Hilfe, Hilfe. Und dann stellen sie fest, dass wovor sie eigentlich Angst hatten, ihnen eigentlich wahnsinnig viel Spaß macht und dafür sorgt, dass sie ein komplett neues Bild auf das Ganze kennenlernen haben, auf Frauen haben werden und sie eigentlich nicht wieder aufhören können, nicht mehr aufhören können, Woche 4 zu machen. Darauf fallen sie immer wieder zurück und denken so, das ist ja Wahnsinn. Ich nutze es einfach immer, wenn ich nicht mehr weiß, was ich tun soll. Und das ist geil, weil das ist ein kompletter Mindset-Shift. Du bist komplett in einer komplett neuen Bewusstseinsebene und stellst fest, dass all diese Käfigwände, diese Gitterstäbe, die du dir in deinem Leben gebaut hast, eigentlich nur aus Pappe bestehen und du da durchlaufen kannst. Die existieren gar nicht. Und das ist so eine Freiheit. Ja, man, also so viele sozialwissenschaftliche Experimente, die schon gezeigt haben, wie wir Menschen einfach konditioniert sind, die Limitationen, die die Vormenschen vor uns gelebt haben, dann einfach mit anzunehmen, ohne zu wissen, warum. Gab es zum Beispiel dieses eine Experiment, wo alle Menschen in einem Raum jedes Mal, als eine Glocke geläutet wurde, aufgestanden sind. Und dann wurden sukzessive Menschen eingeführt in den Raum, die das nicht wussten. Es hieß, sie sollten warten für einen schriftlichen Test und sie werden dann aufgerufen. Und also waren sie in diesem Warteraum. Und als die Glocke geläutet ist, standen alle auf und dieser Mensch, der gerade frisch drin war, hat sich umgeschaut, warum stehen die denn alle auf? Keine Ahnung. Okay. Und durch den gesellschaftlichen Druck sind sie dann halt auch aufgestanden. Und dann kam wieder die Glocke und alle haben sich wieder hingesetzt. Okay, dann setze ich mich wieder hin. Komisch, aber gut, wenn wir das hier alle machen, muss ich es wohl machen. Und dann wurden neue Leute eingeführt, neue Leute eingeführt. Und die meisten Leute haben einfach mitgemacht. Diejenigen, die nicht mitgemacht haben, die wurden wieder entfernt. Waren nicht viele. Waren echt nicht viele. Die meisten haben sich dann dazugesetzt und dann kam das Glockenläuten und alle sind wieder aufgestanden. Also haben sie sich umgeschaut. Okay, alle stehen auf. Dann stehen wir wohl mit auf. Und das Interessante ist, mein Lieber, zum Schluss wurden die ursprünglichen Schauspieler, die im Raum waren, die beim Glockenläuten aufgestanden sind und wieder sich hingesetzt haben, wurden komplett rausgenommen. Und es waren nur noch neue Partizipanten im Raum, die sich durch diese Konditionierung es antrainiert haben, beim Glockenläuten aufzustehen und wieder hinzusetzen. Keiner wusste, wieso sie das machen. Und sie haben es nicht mal selber entschieden. Sie haben das übernommen von einer Vorgeneration, die jetzt nicht mal mehr da war. Und so ticken wir Menschen. Wir nehmen all diese Ängste auf seit Tausenden und Tausenden und Tausenden, in diesem Fall ja sogar Zehntausenden Jahren. Wir reden ja sogar von mehreren Hunderttausend Jahren, wo wir noch in der Steinzeit waren und haben diese Ängste immer noch so tief in uns verankert, dass wir Angst haben und dass wir sagen, wir wollen nicht schlecht dastehen und wir dürfen auf gar keinen Fall verurteilt werden, weil ansonsten werden wir aus dem Kreis ausgeschlossen. Realisiere, dass du dir deine eigenen Regeln, wie dein Leben geil sein darf, schreiben darfst. Und ein Nein ist nicht das Ende eines geilen Lebens. Es ist der Anfang eines geilen Lebens nach deinem Design und nicht nach den Regeln von Leuten, die du nie getroffen hast. Ja, ganz genau. Also ein ähnliches Experiment ist ja auch das mit den Affen, die oben Bananen hingehängen, bekommen haben in ihrem Käfig und immer wenn, also da waren dann fünf Affen und dann wollte der erste Affe da hochklettern und sich die Bananen nehmen und dann wurden alle fünf Affen mit kaltem Wasser besprüht. Immer dann, wenn sie zur Banane gingen und dann hat das ein zweiter Affe gemacht, alle wieder mit kaltem Wasser, dritter Affe, alle wieder mit kaltem Wasser und so weiter. Und bis halt zu einem Punkt, bis halt keiner sich mehr getraut hat, zu den Bananen zu gehen. Und dann wurde ein neuer Affe zu diesen fünf Affen eingeführt und der hat gesehen, ach guck mal, da oben sind Bananen, da kletter ich mal hin. Und alle anderen fünf Affen haben diesen Affen angegriffen, dass er nicht an diese Bananen geht. Und dann hat er gelernt, okay, ich darf anscheinend nicht an diese Bananen gehen. Kamen weitere Affe hinzu, einer wurde entfernt, sodass weiterhin fünf oder sechs Affen da waren und die wurden halt auch sukzessive ausgetauscht, bis halt sich kein Affe mehr halt getraut hat, da hinzugehen. Und immer wenn ein neuer Affe eingeladen wurde in diesen Käfig, eingeführt wurde in diesen Käfig, ist immer das Gleiche passiert. Jemand wollte halt nach einem schöneren Leben greifen, hier ist die Metapher, nach einem schöneren Leben greifen und alle anderen Affen haben ihn dafür attackiert. Das ist eins zu eins, das was halt auch, ich glaube, wir haben es in einem anderen Podcast auch schon mal erwähnt, was in Matrix 2 die Metapher ist von Agent Smith, der halt, du hast halt irgendeinen Menschen in der Matrix und plötzlich wird dieser Mensch zu Agent Smith, also jemand, der halt möchte, dass du nicht aus der Matrix ausbrichst. Und die Matrix ist entsprechend genau dieser Gedanke von den Affen, wenn ich an die Bananen will, das ist böse, das bedeutet, dass ich Schmerzen erlange. Dabei wussten alle Affen nicht mehr, warum sie gegen diesen Affen kämpfen, warum es verboten war, diese Bananen zu erreichen oder sich nehmen zu wollen. Diese neuen Affen wurden niemals, diese neuen Affen wurden niemals mit Wasser besprüht. Die wussten nicht, warum sie gegen diesen Affen kämpfen. Und das ist so krass, weil wir leben einfach, wir haben uns über die Gesellschaft so eine Matrix erschaffen von Unbewusstheit und viele sind halt einfach, und wenn du halt diesen Podcast hörst, wahrscheinlich sehr unglücklich damit, in dieser Matrix zu leben, in dieser Gesellschaft zu leben, nach diesen Vorstellungen zu leben, wie das zu sein hat. Und du willst halt für deine Weise da irgendwie ausbrechen, indem du zum Beispiel sagst, ich möchte eigentlich auf Frauen zugehen, aber ich habe Angst davor, bestraft zu werden. Weil du halt irgendwo, irgendwann in deinem Leben mal gesehen oder gehört hast oder einfach selber gespürt hast an dir, dass du das nicht machen solltest und dass du dich damit glücklich schätzen solltest, wie dein Leben zu sein hat. und das fühlt sich aber für dich einfach nicht gut an. Der Grund, dass du dir diesen Content, so diesen Podcast anguckst, anhörst, dass du dir auch andere Inhalte anhörst, ist der Grund, weil das halt schon in dir ist. Das ist rückwärts gerichtete Projektion im Prinzip. Also das, wo deine Seele dich hinführt, die Inhalte, die du dir anschaust, wo du versuchst, Hilfe zu bekommen, Hilfestellung zu bekommen, die nächsten Schritte herauszufinden, was für dich auf deinem Weg richtig sein kann, das zeigt, dass dein Weg, dein Ziel auch dich sucht. Wie Rumi schon gesagt hat, der berühmte persische Dichter im 13. Jahrhundert geschrieben hat, das, was du suchst, sucht auch dich. Du würdest dir diesen Inhalt, diese Inhalte nicht anschauen, wenn nicht in dir dieser Drang wäre, dieses Ziel zu erreichen. Und dieses Ziel wirst du auch früher oder später erreichen. Ob das jetzt in diesem Leben ist, in einem anderen Leben, ob das am Ende deines Lebens ist, oder du suchst dir Hilfe und erreichst es schneller. Das ist ja auch, wo das Wort Coach kommt. Coach vom Englischen, die Kutsche, also beziehungsweise vom Deutschen, die Kutsche und dann ist Englisch übersetzt. Deswegen heißt ja auch der Reisebus zum Beispiel im Englischen Coach, der dich schneller, die Kutsche bringt dich schneller von A nach B, ohne diese Gefahren im dunklen Wald, ohne den ausgesetzt zu sein. Du kommst schneller an dein Ziel. Einfach mithilfe von jemandem, der den Weg kennt. flirtanalyse.de flirtanalyse.de und für deine kostenlose Flirt-Tipp und Charisma-Analyse dich zu bewerben. Und vorhin, ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, bei den Flirtspezialisten das günstige Abo, das ist bei www.interessewecken.de Die Flirtanalyse ist komplett kostenlos. Das Abo kostet dich ein bisschen was. Mein Lieber, ich meine, ja, wir könnten dir hier noch viel mehr pitchen, wie krass das ist, wenn du einmal dein Leben wirklich so wahrnimmst, wie das die Männer wahrnehmen, die bei uns im Coaching sind, die jetzt echt das Gefühl haben, ein anderes Leben zu führen. Aber letztlich liegt es wirklich in jedermanns eigener Macht und Kraft. sich zu entscheiden, etwas zu verändern. Und du brauchst uns dafür nicht. Du kannst jetzt schon, jetzt schon, das steckt sowas von in dir, die Nines in deiner Welt in ein Ja, Hellja sogar, umzuwandeln, dass du Bock hast, dir mehr Nines einzuholen, worunter dann irgendwann in diesem Land der Nines das Ja drinsteckt, für das es sich immer schon gelohnt hat und mit dem du deinen Rest deines Lebens glücklich sein wirst. Es kostet dich Überwindung und es kostet dich sehr viel Entscheidungskraft, den ersten Schritt zu machen. Den ersten Schritt zu machen, das ist der schwierigste Schritt. Der Schritt danach ist schon ein bisschen leichter. Und der hundertste und tausendste Schritt, der kommt viel leichter aus dir rausgeflossen. wir haben, also Dominik und ich, wir haben über 10.000 Frauen angesprochen. Wenn wir eine Frau jetzt sehen und auf sie zugehen wollen, dann kommt da das. oder 350.000 Frauen angesprochen. Genau, er hat 9.999. Genau. Wenn wir dann auf eine Frau zugehen, dann kommt da das selbe Gefühl auf wie bei dir. Wir haben uns das nicht abtrainiert. Das ist noch da. Das ist einfach etwas, was in deinem Instinkt verankert ist. Und das ist okay. Wenn wir das abtrainieren könnten, wenn es Menschen geben, wenn jeder Mensch sich das abtrainieren könnte, dann wären wir wahrscheinlich schon, dann wären wir gar nicht mehr wiederzuerkennen als Menschen. Es hat schon seinen Grund, wieso nur wenige es schaffen, Erfolg zu haben in ihrem gesetzten Ziel, sei es beruflich oder in der Familie, dass sie exakt die Frau, die Frau gefunden haben, die sie schon immer finden wollten. Die meisten, die kommen einfach zusammen mit einer von denen, die sich ihnen anbietet irgendwann. Und dann führen sie halt eine Beziehung, weil es ist der Einzige, die sie führen können. Da gibt es nicht viel mehr Auswahl. Und dann kriegen sie halt Kinder und es ist auch irgendwie schön und sie reden sich das auch ein. Es ist alles gut. Aber sie sagen dann auch immer wieder solche Sätze wie, naja, muss ja, was willst du machen? Es ist, wie es ist. Und daran merkst du, die sind gar nicht so happy mit ihrem Leben. Ein bisschen traurig. Ich finde das viel zu traurig. Ich finde das verschwendetes Potenzial. Ich glaube nicht, dass dieses Leben, wie wir es jetzt gerade leben, nochmal kommt. Vielleicht geht es danach weiter, aber das hier, das ist eine einmalige Chance. Und ich werde den Teufel tun und diese Chance aus dem Fenster schmeißen und mich einfach nur zufrieden geben mit, naja, muss ja. Nö, wenn es mich eine Million Neins kostet, ich werde das eine Jahr finden, für das sich all das hier gelohnt hat. und diese Entscheidung ist der erste Schritt. Das ist ja auch eine der grundlegenden Säulen für den Erfolg. Durchhalten. Durchziehen. Du siehst das Ziel. Natürlich sind Hindernisse auf dem Weg, weil wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Einfach ist es zu jammern. Einfach ist es zu meckern. Einfach ist es, denjenigen anzugreifen. Und das haben wir halt immer wieder in der Geschichte gesehen. Genies, die Menschen, die irgendwas erreicht haben, die werden alle gefeiert, aber im Vorfeld auf dem Weg, so wenn sie sich auf den Weg begeben haben, haben sie immer Steine in den Weg gelegt bekommen. Von jedem. Das ist der Test, den du bestehen darfst. So, das ist der Test zur Größe. Kannst du die Widerstände, kannst du die Widerstände aushalten, nur dann wirst du auch die Großartigkeit aushalten können. Dann wirst du auch dein Ziel feiern können. Wenn du, so, was glaubst du, was, also, wenn du dir mal vielleicht jetzt, vielleicht hat das Video jetzt schon einige, einige Aufrufe, kommen, da werden einige Kommentare drinstehen, aber schau dir auch andere Kommentare an. Glaubst du, wenn wir uns, wie Ani gerade schon gesagt hat, wenn wir uns von all diesen Gegenwänden, und das ist halt nur ein ganz kleiner Teil von den Sachen, die wir hören in unserem Leben gehört haben, Widerstand, von dem so, dass wir Bluepiller sind, dass wir unmännlich sind, dass wir dies und das sind, hässlich, klein und so weiter oder was auch immer. Glaubst du, wenn wir uns da irgendwie, das haben wir am Anfang unserer Reise um ein Vielfaches gehört, wenn wir Menschen davon erzählt haben, ey, ich will anderen Männern helfen, erfolgreicher bei Frauen zu sein? Glaubst du, glaubst du, der Großteil der Menschen hat dann gesagt so, boah, das ist eine geile Idee? Nee, die haben gesagt so, okay, glaubst du, du könntest es schaffen? Warum du? Glaubst du, was glaubst du, was an Ima Maske gehört hat? Einen Doktortitel, da muss man doch irgendwas studiert haben, es gibt kein, Psychologie studieren oder, du brauchst doch irgendwas in der Hand dafür, mein Lieber, ich habe Resultate in der Hand. Wir haben Resultate in der Hand. Hinter mir hängen ganz viele, im Internet findest du noch viel, viel, viel mehr Resultate. Aber, naja, die Menschen, die halt, die halt an dich nicht glauben, die glauben halt auch nicht an sich. Und deswegen führen sie dieses mittelmäßige Leben. Bitte, wenn du, wenn du ihnen zuhören möchtest, dann realisiere, dass du aber auch ihr mittelmäßiges Leben führen wirst. Du bist die Autorität deiner eigenen Existenz. Du bestimmst, was dein Ziel ist. Du bestimmst, wie du dich fühlst. Du bestimmst, welche Menschen du auf deiner Reise, auf deiner Reise mitnimmst, welche Menschen du erlaubst, in deinem Leben zu sein und welche nicht. Wenn Dinge, die du hörst, wenn Informationen, die du hörst, sich für dich nicht gut anfühlen, sich für dich anfühlen, als ob du dich wieder klein machen musst, als ob du gehorchen musst, als ob du wie ein, ein Tetris-Baustein in der Masse verschwindest und damit auch die ganze Masse verschwindet, dass du, dass du, dass du nicht unterscheidbar bist von den Menschen links und rechts neben dir. Wenn, wenn du das, wenn du diese Informationen hörst und das sich für dich nicht gut anfühlt, dann kannst du dich dafür entscheiden, diese zu verneinen, diese, diese aus deinem Leben rauszuschließen. Also im Englischen sagt man rejecten. Ich wüsste jetzt nicht, was die, was die deutsche Entsprechung ist, aber die, du wirst sie, du wirst sie nicht zulassen in deinem Leben und stattdessen wirst du auf das zugehen, was du möchtest. Du wirst deine eigenen Regeln schreiben, weil du dein eigenes Leben lebst und das fühlt sich direkt nach Expansion an und schön. Du wirst ihnen Nein sagen und du kannst dann auch Menschen Nein sagen, weil du im Land des Neins dich jetzt willkommen und wohlfühlst. Deswegen kannst du da noch besser Grenzen aufzeigen und du lässt dir nicht mal alles gefallen, weil ein Nein, weißt du das nicht, das Ende der Welt, also kannst du auch jemandem anderen mal ein Nein geben. Du bekommst Neins, du gibst mal Neins. Du bekommst mal Ja's, du gibst mal Ja's. Das ist deine freie Entscheidung dann. Du bist nicht mehr der Spielball von anderen Menschen und ihren Befindlichkeiten, weil du entscheidest. Deswegen sagte ich, der erste Schritt, die erste Entscheidung, das ist meistens die schwierige. Danach wird das immer einfacher, einfacher, einfacher und du hast dann die Referenzerfahrung im Kopf, wie vorhin gesagt, wenn wir, Dominik und ich, eine Frau ansprechen, die wir interessant finden, dann ist da dasselbe Gefühl, da kommt dieselbe Angst, dieselbe Blockade von innen heraus, die einfach in unserer DNA verankert ist. Kommt dasselbe Ding raus. Aber wir haben so viele Referenzerfahrungen gesammelt, wo wir es trotzdem gemacht haben, wo wir überlebt haben, genauso wie die vielen Schläge in die Fresse, die ich bekommen habe beim Sparring und die Dominik auch bekommen hat, genauso wie die vielen zerkratzten Kniescheiben, die ich schon beim Skaten bekommen habe und ich weiß, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich bin da. Ich bin da. Ich kann lächeln. Ich bin dankbar. Okay, scheiß drauf. Und dann gehe ich einfach trotzdem los und dann kann ich der Frau Hi sagen und sie locker fragen, wer sie ist. Es ist nicht so, dass du zu einem Übermenschen wirst, wenn du das hier lernst. Es ist nur so, dass du dich selber besser kennst und du in Leichtigkeit mit dir und anderen Menschen umgehen kannst. Das ist das Geschenk, das du dir selber wieder geben darfst. Ah, und das ist eines der geilsten Geschenke auf der Welt. Na, mein Lieber. Es lohnt sich. 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 Bitte, bitte. Glaub an dich. Wir tun es. Wir wissen, dass es in dir steckt, weil wir schon so vielen Männern geholfen haben, bei denen sie selber nicht wussten, ob es in ihnen steckt. Zum Schluss hat es in ihnen gesteckt. Also steckt es auch in dir. Okay? Es steckt in dir. Du darfst ein geiles Leben führen und du darfst die Frauen anziehen, auf die du wirklich Bock hast. Und dann darfst du auch die Frau kennenlernen, mit der du den Rest deines Lebens verbringen willst. Ich heirate ja in zwei Monaten. Ich habe die Frau gefunden, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will. Und Mann, da waren auch andere Frauen entlang dieser Reise, mit denen ich mir den Rest meines Lebens auch vorstellen könnte. Aber es gab andere Gründe, die dafür gesorgt haben, dass sie es nicht waren. Manchmal lagen die Gründe im Außen, manchmal lagen die Gründe im Innen. Es war vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Es war vielleicht alles gegeben, bis auf ein sehr wichtiger Umstand. Es hat sehr gut harmoniert in dem einen Bereich, aber nicht gut harmoniert in dem anderen Bereich. Ich war noch nicht bereit genug, sie war noch nicht bereit genug, so viele Dinge, die du erfahren kannst, lernen kannst, die du in tiefen Gesprächen, auf Dates, mit Fragespielen und all den Möglichkeiten, die wir dir hier auch schon auf dem YouTube-Kanal gegeben haben, in Erfahrung bringen kannst, ob es klappt zwischen dir und ihr. Es ist die geilste Reise deines Lebens. Sie macht Spaß und sie lohnt sich. Sie zahlt sich aus. Also, begib dich auf die Reise. Geh ins Land des Neins und die Ja's, an die wirst du dich für den Rest deines Lebens erinnern. Die Neins, die werden in Vergessenheit geraten. Die Ja's bleiben in Erinnerung. Und auf dieser Reise, wenn du sollst, du dein Auto benutzen, dann, dann war es Dominik. Fahr vorsichtig. Fahr vorsichtig.